Bei der Wahl des Vornamens lassen sich die meisten werdenden Eltern oft ausreichend Zeit. Während für einige ganz klar nur ein klassischer und zeitloser Name in Frage kommt, sind immer mehr Eltern auch auf der Suche nach außergewöhnlichen und besonderen Namen, die nicht ganz zugänglich sind. Doch es ist Vorsicht geboten. Denn, auch wenn die Namen auf den ersten Blick schön erscheinen, können sie eine versteckte Bedeutung haben. Wer sich für klassische Namen wie Anna, Marie, Florian oder Maximilian entscheidet, hat nichts weiter zu befürchten. Wer jedoch auf der Suche nach etwas Außergewöhnlichem ist, sollte sich im Vorfeld genau die Bedeutung ansehen, denn sonst könnte es für die Kinder irgendwann mal beinlich werden. Einige Beispiele für Namen, die eine versteckte Bedeutung haben, hat Vornamen kaum herausgefunden.